Hallo, ich bin Bianca. Wir haben uns vor zwei Jahren den Traum vom Eigenheim erfüllt und ich zeige euch jetzt mal, was draus geworden ist. Hier stehen wir bei uns in der Küche. Die Küche ist das größte DIY-Projekt hier im Haus und auf die sind wir ganz besonders stolz, weil wir hier die Arbeitsplatte mit Fliesen verlegt haben und auch die Fronten getauscht haben. Hier im Wohnzimmer ist mein absolutes Highlight die Wandgestaltung. Hier haben wir mit Wandstuckkassetten gearbeitet und da sind wir auch ganz besonders stolz drauf. Das Kinderzimmer ist vom Konzept ähnlich wie der Rest des Hauses, nur haben wir hier drauf geachtet, dass es sehr verspielt ist und mit kleinen Highlights auch bunte Farbkleckse zu sehen sind und mein Sohn fühlt sich hier sehr wohl. Das Badezimmer ist für uns nicht nur ein Bad, sondern schon fast ein Wohnraum und auch hier haben wir viel auf Textilien gesetzt, sei es Vorhänge oder einen Teppich und das Ganze macht es hier schön wohnlich und man hält sich einfach gerne hier auf.